Hi, mein Name ist Simone und ich betreue seit fünf Jahren hier in Köln unsere Hebammen. Ja, ich bin Marina und bin jetzt seit Januar ein Team im Büro. Ich bin schon seit 2019 bei Pensum als Hebamme angestellt gewesen und durfte jetzt das Hebammen-Team unterstützen im Büro mit meinen Hebammenkenntnissen, um uns noch weiter voranzubringen. Bei uns ist erste Priorität, dass die Hebammen glücklich und zufrieden sind tatsächlich, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Ich glaube, das ist auch das, was bei uns ausmacht. Deswegen war es uns auch wichtig, ich finde es auch super, dass Marina da ist als Hebamme und auch noch bei uns, wo er gearbeitet hat. Die hat sowas von beiden Seiten drauf, das ist halt perfekt. Und die kann halt die Frauen 1A verstehen und hat es hier total gut eingefunden, was halt für uns als Team mega ist. Und ich glaube, dass wir da diese Empathie und das Feingefühl auch einfach haben müssen, wenn die Hebammen anrufen, dass du dann raushören musst, was ist demjenigen, der gerade auf der anderen Seite ist, wichtig. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020